Seit neun Jahren arbeite ich bei Wälder. Ich habe im Lager angefangen, bekam aber schnell die Möglichkeit als Fahrer tätig zu sein. Das Beste bei den Lieferungen ist es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Es ist jedes Mal schön zu sehen, wie sehr sich die Kunden auf ihre Getränke freuen. Außerdem ist man viel unterwegs. Heute nach Ladenburg und Schriesheim, morgen in die Pfalz. Bei schönem Wetter macht die Arbeit besonders viel Spaß. Wälder ist für mich mein Zuhause. Ich habe hier meine Freundin kennengelernt und mein Bruder arbeitet ebenfalls als Fahrer. Außerdem wohne ich sprichwörtlich bei der Wälder. Der Arbeitsweg ist wirklich kurz und ich bin sehr flexibel. Ich bin Alex Jess und bin Fahrer bei der Wälder.